Stell dir vor, du gehst durch eine stille Gasse in Las Vegas, die Sonne geht unter und die Straßen sind leer. Plötzlich hörst du ein leises Geräusch, ein schwaches Miauen, kaum hörbar. Du schaust dich um und entdeckst ein winziges, verletzliches Kätzchen, nicht älter als drei Wochen, das in einer Ecke zittert. Sie ist allein, ängstlich und in großer Gefahr. Ohne Hilfe wird sie die Nacht wahrscheinlich nicht überleben. Hier beginnt die Geschichte. Ein mitfühlender Passant entdeckt dieses kleine Wesen und beschließt, ohne zu zögern, sie zu retten. Sie ist so klein und schwach, dass sie rund um die Uhr Pflege benötigt, Wärme, Nahrung und Schutz. Der Mann bringt sie nach Hause, richtet ein gemütliches Bett für sie ein und beginnt, sie alle paar Stunden zu füttern. Schon bald zeigt das Kätzchen erste Lebenszeichen. Sie schnurrt, sucht Zuneigung und wird von Tag zu Tag kräftiger. Doch die Reise endet hier nicht. Eine freiwillige Helferin namens Niki Martinez erfährt von der Rettung des Kätzchens und weiß sofort, dieses kleine Geschöpf braucht ein Zuhause für immer. Ohne zu zögern bietet sie an, das Kätzchen zu adoptieren und sorgt so dafür, dass es weiterhin geliebt und umsorgt wird. Niki kommt mit einer weichen Decke und einem Körbchen und bringt das Kätzchen behutsam in ihr neues Zuhause. Niki nennt sie Rooney und von dem Moment an, als sie ankommen, ist Roonies Zukunft gesichert. Regelmäßige Flaschenfütterungen und kuschelige Schlafplätze gehören bald zum Alltag, während Rooney anfängt, in ihrer neuen Umgebung zu wachsen. Sie entwickelt sogar ein morgendliches Ritual. Jeden Tag begrüßt sie Niki mit freudigem Miauen und liebevollem Schnurren. Eine ständige Erinnerung daran, wie weit sie es seit jener Nacht in der Gasse geschafft hat. Mit der Zeit wächst Roonies Selbstvertrauen. Sie erkundet jede Ecke ihres neuen Zuhauses, jagt Schatten, spielt mit Spielzeugen und übernimmt sogar die Rolle von Nikis Wecker mit ihren fröhlichen Schnurregeräuschen am Morgen. Das Kätzchen, das einst ums Überleben kämpfte, hat nun ein Leben voller Liebe, Wärme und Geborgenheit. Roonies Geschichte ist mehr als nur eine Rettung. Sie erinnert uns daran, welche unglaublichen Verwandlungen möglich sind, wenn wir denen helfen, die sich nicht selbst helfen können. Jedes Tier hat das Potenzial, mit ein wenig Fürsorge und Aufmerksamkeit zu gedeihen, genau wie Rooney es tat. Wenn du solche Geschichten liebst, vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um mehr herzerwärmende Geschichten von Tierrettungen zu sehen. Und wir möchten von dir hören. Hast du schon einmal ein Tier in Not gerettet? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren und lass uns das Gespräch fortsetzen. Gemeinsam können wir einen Unterschied machen, eine Rettung nach der anderen.